Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute werfe ich einen Blick auf mein Tabletop-Jahr 2023. Ja, es ist mal wieder soweit. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass das Jahr schon wieder viel zu schnell rumgegangen ist. Aber so ist es halt. Und wie alle Jahre werfe ich einen kleinen Blick auf das, was mein Tabletop-Jahr 2023 so geprägt hat. Und ja, bevor die Kommentare kommen, ihr habt richtig gesehen. Deal with it. Ich habe das für eine Weihnachtsfeier gekauft und ungefähr zwei Minuten angehabt, weil es da unglaublich warm war. Und ich muss jetzt irgendwie ein bisschen aus meinem Investment was rauskriegen. Das heißt, es wird jetzt knallhart angezogen, wo immer möglich. Also müsst ihr einfach mit umgehen können. Wir starten im Januar 2023. Und der war definitiv für mich geprägt von der SzenarioCon, die ich jedes Jahr besuche, schon seit mehreren Jahren. Die ich auch nächstes Jahr wieder besuchen werde. Die ist immer so im Mitte Januar. Ich glaube, dieses Jahr ist sie am 14. Januar. Und eine meiner Lieblingsmessen überhaupt. Beziehungsweise nicht Messe, sondern Cons. Sehr überschaubar. Fantastische Location. Freier Eintritt. Bewirtung direkt am Tisch. Wahnsinnig viele Demotische. Der Name ist da wirklich Programm. Also es geht wirklich darum, coole Szenarios zu schaffen für die Demotische, die man da anbietet. Das ist alles Community getrieben. Sehr, sehr wenige Händler da, sondern wirklich ganz viele Clubs und Einzelpersonen, die da ihre Sachen anbieten und vorstellen. Und einfach die Atmosphäre ist wirklich fantastisch dort. Also das ist was, das kann und will ich einfach nicht überspringen im Jahr. Und kann ich auch wirklich jedem und jeder empfehlen, da mal vorbeizuschauen, wenn ihr nur irgendwie in der Nähe seid. Das ist ziemlich zentral in Deutschland gelegen. In Hackenheim heißt der Ort in der Nähe von Frankfurt. Und es lohnt sich wirklich. Ich werde definitiv da sein. Wenn ihr auch da seid, dann sagt gerne Hallo. Hier habt ihr die Webseite auch direkt von der SzenarioCon. Genau, 12. bis 14. Januar findet das Ganze statt im Bonnheimer Hof in Hackenheim. Das war definitiv für mich ein guter Start, wie immer ins Jahr 2023, was Tabletop angeht. Und wir springen direkt weiter zum Februar. Und der war tatsächlich ziemlich voll mit Stuff und allen voran hatten wir eine ganz tolle Aktion vom Würfelorden, der im Rahmen von Jahr 2022 insgesamt, waren es glaube ich, tausend Miniaturen angemalt hat. Und das für einen guten Zweck. Der hat so eine kleine Challenge sich selber gestartet, hat eben insgesamt tausend Miniaturen angemalt, hat dafür ganz viele auch Spenden von Händlern und sowas gesammelt für Miniaturen, die er anmalt. Und diese bemalten Miniaturen, die hat er dann versteigert, beziehungsweise verlost. Und der Erlös von dem Ganzen ging dann an die Kinderburg Rapottenstein in Österreich. Das ist eine Einrichtung, wo traumatisierte Kinder und ihre Familien untergebracht werden können und eine schöne Zeit verleben können. Und da sind mehrere tausend Euro dabei zusammengekommen. Und ich habe da indirekt mitgemacht bei dieser Aktion, weil nämlich der Würfelorden hat für mich dann entsprechend auch ein paar Miniaturen angemalt. Und zwar diese wunderschöne Saurier-Armee für One-Page-Rules, die ihr hier seht. Die wurden dann auch gedruckt vom Michael Mingers. Und ich habe dann mit dieser Armee einen Spielbericht aufgenommen, den ihr hier jetzt gerade seht. Und wir haben das dann so gemacht. Ich habe quasi für jede Miniatur, die vom Würfelorden angemalt worden sind, 50 Cent gespendet. Das heißt, es sind auch nochmal 500 Euro zusammengekommen. Plus dieses riesen Pterodactyl-Figur, die ihr da eben gesehen habt. Die wurde auch nochmal im Rahmen von diesem Video versteigert. Und da sind auch nochmal 300 Euro zusammengekommen. Also insgesamt sind wir nochmal 800 Euro an die Kinderburg zusammengekommen. War eine fantastische Aktion, ganz besonders von Seiten Würfelorden. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und sehr viel Freude bereitet, da mitzumachen. Und das Spiel ist auch ganz witzig geworden, weil One-Page-Rules, Age of Sigma-Ersatz quasi, ist nach wie vor ein cooles Spiel. Ist vielleicht nicht für jeden, ist vielleicht manchmal ein bisschen seichter als andere vergleichbare Systeme. Gerade zum Beispiel Age of Sigma. Aber spielt sich superflüssig, supergut und kann ich definitiv empfehlen. Und ist kostenlos. Also wenn man die Figuren dafür hat, sollte man es definitiv mal ausprobieren. Außerdem im Februar war dann noch die Taktika. Die darf ich auch nicht auslassen, weil das ist natürlich auch so ein bisschen so ein, wenn man die Möglichkeit hat, ein Must-See-Event. Ist so ein bisschen die Gegenfolie zur Szenario-Con, weil da ist so richtig, richtig, richtig viel los. Stellenweise, je nachdem an welchem Tag man da ist, sehr beengt das Ganze. Aber es lohnt sich auf jeden Fall auch. Also wenn man mal so wirklich alles sehen will, was gerade so Tabletop-mäßig geht, dann ist das eine super Anlaufstelle. Die Location ist auch nach wie vor super. Es ist halt in Hamburg. Das ist ein bisschen schwieriger erreichbar, wie was, gerade auch für mich, wie jetzt was in der Nähe von Frankfurt. Aber auch dieses Jahr hat es sich für mich definitiv gelohnt. Ich habe ganz viele tolle Leute wieder getroffen, auch viele von euch getroffen, was mich sehr gefreut hat. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr auch wieder schaffen werde zur Taktika. Ich kann es nicht garantieren. Mittlerweile muss ich ein paar mehr Faktoren mit einberechnen in meiner Jahresplanung. Dazu und später noch ein bisschen mehr. Aber wenn es möglich ist, dann schaue ich auf jeden Fall gerne wieder vorbei, weil es ist schon ein cooles Erlebnis einfach. Und auch einfach die ganzen Größeren auch noch zu treffen. Den Michael von Tabletop Workshop, den Dice Dennis und sowas. Die sehe ich auch selten persönlich. Dementsprechend hat mich das natürlich auch gefreut. Und hier und da eine kleine Demo und einfach rumlaufen, schöne Miniaturen angucken und mit tollen Leuten schwätzen. Ist natürlich immer eine gute Sache. Das war ebenfalls im Februar. Und dann gehen wir schon direkt über zum März. Im März ist im Verhältnis tatsächlich relativ wenig gewesen. Und das sieht man auch an meinen Videos, die ich gebracht habe in dem Monat. Das waren vor allem Listen-Videos. Die packe ich ganz gerne aus, wenn irgendwie gerade sonst nicht so wahnsinnig viel passiert. Und wenn ich eher auf ein bisschen, ich will nicht sagen älteren, aber einfach schon bestehenden Content verweisen möchte. Jahresrückblick. Aber ich möchte euch trotzdem immer wieder empfehlen, schaut da auch mal rein in meine Listen, weil ich versuche ja immer bestimmte Systeme so ein bisschen zu pushen, die meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Und ich nutze natürlich diese Listen auch als eine Plattform, um das noch ein bisschen weiter zu pushen, weil ich kann nicht immer neue Videos zu einem und demselben System machen. Das lohnt sich leider für mich nicht wirklich und mir fehlt auch tatsächlich die Zeit. Aber hiermit kann ich immer mal wieder Sachen ausgraben, die ich schon längere Zeit gemacht habe. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei und manche Systeme sind schon eine ganze Weile her, dass ich sie behandelt habe, aber sind absolut immer noch aktuell und immer noch einen Blick wert. Und YouTube begräbt diese Videos einfach, muss man einfach sagen. Also das ist, wenn ein Video eine Weile online gewesen ist, das taucht bei niemandem mehr irgendwie in der Empfehlungsliste auf oder sowas. Bei Suchen, Direkt suchen taucht es vielleicht noch auf, aber das bringt da dann relativ wenig, wenn es ein relativ unbekanntes System ist. Also nutzt es gerne. Ich verlinke dann auch immer natürlich alle Sachen, alle Videos, alle Spiele, die ich da nenne, entsprechend unter den Videos. Also schaut da gerne rein. In dem Fall war es jetzt zum Beispiel ein Video zu Küchentisch-Systemen, also Systemen, die auf einen besonders kleinen Tisch passen. Im selben Monat habe ich auch noch ein Video zum Thema Tabletop-Empfehlungen für Computerspiel-Fans gebracht, wo auch ein paar sehr, sehr gute Systeme dabei waren. Also auch da, schaut da gerne rein. Aber wir gehen direkt weiter zum April, wo ein kleines bisschen mehr auch Neues dabei war. Allen voran haben wir hier The Silver Bayonet. Das war so ein Spiel, da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut. Einfach, weil das Thema für mich einfach total spannend ist. So dieses fantastische, mit Horror angereicherte, napoleonische Setting. Ich habe mir natürlich auch den neuen Napoleon-Film von Ridley Scott angeguckt. War so semi angetan, aber das ist, glaube ich, ein Thema für ein anderes Video oder so. Keine Ahnung. Aber das Spiel selber fand ich dann nachher eher unspannend. Ein bisschen zu wenig irgendwie an Flair drin in den Regeln. Eine bestimmte Charakterisierung hat mir gefehlt bei den einzelnen Fraktionen und sowas. Die Grundmechaniken sind aber extrem solide. Wir überspringen mal die völlig veraltete Werbung hier. Und ist definitiv einiges an Potenzial drin. Plus einige wirklich schöne Neuerungen im Vergleich zu älteren Spielen von McCullough. Gerade allen voran das Würfelsystem, das umgeändert wurde von W20 zu 2W10 und sowas. Also wirklich toll. Und das Spiel selber war trotzdem eine tolle Erfahrung, weil mich da der Christian, der die Miniaturen für mich bemalt hat, extra besucht hat. Und wir haben dann zusammen eine Runde gespielt, auch mit dem Patrick zusammen nochmal eine Dreispielerrunde gespielt, die man nicht im Video sieht. Und hat definitiv Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie da gesessen sind mit langer Miene. Aber ich habe es seitdem ehrlich gesagt nicht mehr ausgepackt. Was sehr, sehr schade ist, weil die Miniaturen sind fantastisch und auch wirklich fantastisch bemalt vom Christian. Ich muss vielleicht mal nochmal einen Blick drauf werfen. Vielleicht wisst ihr da mehr. Vielleicht hat sich da seitdem noch ein bisschen was getan im Rahmen von ein paar Erweiterungen. Aber ja, war für mich leider eher ein bisschen Enttäuschung. Aber das Spiel selber, das Spielen der Tag war eine sehr schöne Erfahrung und dementsprechend hat es jetzt Einzug gehalten in meinen Jahresrückblick. So, das war der April und dann geht es direkt weiter zum Mai. Und da habe ich ein Spiel ausgepackt, das ich schon ganz, 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 ganz lange zeigen wollte. Das Spiel, das ihr hier seht, habe ich auch nicht in 2023 aufgezeichnet, sondern einfach mal ein komplettes Jahr davor. Und das war Blood & Plunder, das ich mit dem Sven gespielt habe, der auch alle Miniaturen bemalt hat und das ganze Gelände, was ihr hier seht, auch gebaut hat. Extra für den Spielbericht, also diesen schönen Strand und die Bäume, die Hütten und sowas, hat er alles selber gebastelt. Und das Spiel selber ist wirklich fantastisch. Also, wenn ihr noch nie irgendwie was gehört habt von Blood & Plunder, das ist so ein, ja, Piratenspiel, würde ich fast gar nicht sagen. Es kommen auch Piraten vor. Es spielt in der Karibik im 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert ungefähr. Und viel mit natürlich Schwarzpulverwaffen und sowas, aber da speziell beim ursprünglichen Blood & Plunder geht es eher so ein bisschen um die verschiedenen Nationen, die da sich irgendwie so ein bisschen Scharmützel liefern und so ein bisschen mit Freibeuterei und sowas gegenseitig piesacken. Es gibt dann natürlich auch eine Piratenfraktion, die man spielen kann, aber man kann auch Spanier spielen und Engländer und Holländer und was weiß ich. Natives auch, was zum Beispiel der Sven gespielt hat. Und die Regeln sind super solide und sehr, sehr gut gemacht. Sehr mechanisch, mit tollen Elementen wie Kartenaktivierungsmechanik, aber auch die Art und Weise, wie zum Beispiel die Schwarzpulverwaffen, die zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so wahnsinnig präzise, mächtig, wie auch immer sind, abgehandelt werden, ist sehr, sehr gut geregelt. Plus man hat die Möglichkeit, Seeschlachten und Landgefechte zu vermischen. Also da gibt es auch wirklich Regeln für große Schiffe, die man bemannen kann mit seinen Miniaturen, mit denen man dann durch die Gegend segeln kann, wo man sich dann wirklich eine Seeschlacht liefern kann mit den einzelnen Miniaturen auf den Schiffen. Oder man kann, was wir hier jetzt gemacht haben, eine Landungsoperation zum Beispiel spielen, wo man auf See mit einer Fraktion anfängt und dann wirklich seine Truppen erstmal anlanden muss. Das ist alles in den Regeln selber inkludiert. Und das ist wirklich, wirklich spannend, wenn einen die Zeitperiode irgendwie so auch nur ansatzweise interessiert, dann würde ich es mir definitiv mal anschauen. Und man braucht doch tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel. Plus es ist kürzlich erst über den Kickstarter ein neues Zwei-Spieler-Starter-Set rausgekommen, wo zwei solche Schiffe wie die, die ihr hier gerade seht, zwei so Schaluppen oder was es sind, mit enthalten sind aus Plastik, die man wirklich direkt dann benutzen kann, plus genug Figuren, um zwei so Seeleute-Crews zusammenzustellen, die man dann entweder als Piraten spielen kann oder aber auch seinen schon bestehenden nationalen Truppen noch hinzufügen kann. Also das ist definitiv cool, wenn man die Grundbox irgendwo kriegt. Definitiv ein guter Deal. Genau. Das war der Mai. Und es geht weiter mit dem Juni und einem meiner persönlichen Hits von 2023, Star Wars Shatterpoint. Das ist auch so was, da war ich am Anfang gar nicht so wahnsinnig gehypt, weil es ist einfach so, ich bin ein kleines bisschen übersättigt von Star Wars gewesen jetzt eine lange Zeit, hab da auch nur so am Rande von erfahren gehabt, dass dieses Spiel überhaupt in Entwicklung ist, hab's dann aber auch über den Taschengelddieb tatsächlich doch noch bekommen, als es dann rausgekommen ist, einfach weil ich doch diesen Fokus, vor allem zu Beginn jetzt auf Clone Wars, sehr, sehr spannend fand und hab dann in dem Video das Ganze erstmal ausgepackt und dann relativ schnell festgestellt, dass das ein sehr besonderes Spiel ist. Also allein schon beim Lesen der Regeln hab ich festgestellt, okay, die machen sehr, sehr viel anders und haben sich vor allem sehr, sehr stark inspirieren lassen von einigen Spielen, die ich persönlich sehr, sehr gut finde, wie zum Beispiel Guild Ball und dann hab ich das Spiel auch ein paar Mal schon getestet jetzt, also ich hab's relativ viel gespielt für meine Verhältnisse, ich spiel ja meistens ein Spiel nicht so wahnsinnig oft hintereinander, aber hier hab ich's tatsächlich mit unterschiedlichen Leuten sehr, sehr oft gespielt und festgestellt, es ist wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Wenn man über die sehr wonky geschriebenen beziehungsweise das sehr schlecht strukturierte Regelbuch hinweg sieht, das mittlerweile auch schon aufgebessert worden ist mit einer neuen Version, die man sich runterladen kann und so und zum Glück gibt's mittlerweile auch von der Community erstellte Schnellreferenzen und sowas, aber das Originalregelbuch, was drin ist, ist Grütze, definitiv. Aber davon bitte nicht abschrecken lassen, weil das Spiel selber ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist halt sehr technisch, sehr abstrakt, also es ist jetzt kein, ich würd nicht sagen, es ist ein sehr bier- und brezeliges Spiel, sondern es geht eher in die kompetitive Richtung und eher in die, wie gesagt, sehr technische Richtung, sehr präzise Richtung, aber das Spiel selber ist halt einfach so voll von coolen Elementen und fantastischen irgendwie Synergien und Regeln, die man einsetzen kann, wenn man wirklich auf sowas steht, also wenn man auf so Spiele steht wie War Machine, Malifaux, Guild Ball, wenn das so euer Jam ist, dann ist, glaub ich, Shatterpoint genau richtig für euch, aber auch wenn nicht, dann würd ich's zumindest mal anschauen und gucken, weil es ist schon, es ist halt einfach mal was ganz anderes im Skirmish-Bereich. Ich hoffe auch, dass ich bald mal irgendwie noch mehr Content bringen kann dazu, ich bin einfach nicht dazu gekommen, was sehr, sehr schade ist, was wie gesagt einer meiner Hits für dieses Jahr ist, aber das Spiel ist gleichzeitig eben auch so komplex und umfangreich, dass es gar nicht so leicht ist, das irgendwie einzufangen in einem Video. Also in einem Spielbericht müsste ich wahrscheinlich die Hälfte des Spielberichts damit verbringen, einfach die Regeln die ganze Zeit zu erklären und ein Vorstellungsvideo wollte ich gerne mit jemandem zusammen machen, der sich einfach sehr, sehr noch besser auskennt mit dem Spiel als ich, weil auch wenn ich's ein paar Mal gespielt hab, hab ich wirklich erst an der Oberfläche gekratzt von dem, was da möglich ist. Aber die haben auch richtig viel Content rausgefeuert jetzt dieses Jahr, Atomic Mars Games zu Shatterpoint, also da sind jetzt richtig viele Erweiterungen schon draußen, neue Charaktere mittlerweile auch aus der Galaktischen Rebellion-Ära. Also da müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Und ja, meine Empfehlung, schaut's euch an oder wartet, bis ich noch mehr Content dazu bringe. Das sei euch überlassen, aber in dem Unboxing rede ich auf jeden Fall schon noch ein bisschen drüber, wie die Regeln funktionieren, was sowieso die interessanten Alleinstellungsmerkmale sind und so weiter. So, das war der Juni und dann gehen wir in den Juli über und da hab ich ein ganz besonderes Spiel spielen dürfen, und zwar The Exalted Ones. Und das ist im Prinzip ein MOBA als Tabletop. Also MOBA im Sinne von League of Legends, Dota, Heroes of the Storm. Wenn ihr so im Computerspielbereich unterwegs seid, dann wisst ihr, was ich meine. Wenn ihr es nicht seid, dann wird das euch wahrscheinlich auch gar nicht so wahnsinnig anmachen. Mich persönlich hat's sehr, sehr, sehr angemacht, weil ich eben ein alter Fan bin eben dieser Spiel. Ich hab das sehr, sehr lang mit vielen Freunden schon gespielt. Und The Exalted Ones ist wirklich eine sehr kompromisslose Umsetzung von eben genau diesem Genre. Es gibt ja so ein paar so Brettspielvarianten, die irgendwie versuchen, das irgendwie einzufangen, genauso wie auch Judgment, das ich auch in der Vergangenheit auf meinem Kanal gebracht hab. Das ist auch inspiriert von MOBAs, Aber hier hat man wirklich das Ganze so richtig konsequent als Tabletop umgesetzt. Also mit freier Bewegung, aber auch mit Elementen wie Items, Level-Ups, Gold-Formen, neutrale Kreaturen auf dem Spielfeld und, 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 und. Das Ganze ist auch sehr umfangreich von dem, was auch der eigene Anspruch ist. Aber wenn man auch nur ansatzweise auf dieses Genre steht, dann ist das einfach das Spiel, was man ausprobieren sollte. Weil es einfach, es macht wahnsinnig viel Spaß. Es hat auch echt ein paar richtig coole Regelelemente drin, wie eben ein cooles Reaktionssystem, durch das man ständig involviert ist im Spiel. Also man wartet nicht die ganze Zeit auf den Gegner. Das Ganze hat keine richtigen Runden in dem Sinne, wie man das aus anderen Spielen kennt, sondern einfach eine Reihe von Aktivierungen, die man abhandelt. Man kann auch einen Charakter mehrfach aktivieren zum Beispiel, kann sich komplett auf dem Spielfeld auf eine Seite konzentrieren, muss dann aber halt auch gucken, dass der Gegner einen auf der anderen Seite nicht überrumpelt. Und also es ist extrem taktisch und einfach ein tolles Spiel. Made in Germany. Das ist sowieso so ein bisschen für mich das Jahr deutschsprachige Tabletops, die so ein bisschen so ihr Köpfchen zeigen langsam. Das ist ja seit jeher so, dass deutschsprachige Tabletops jetzt nicht unbedingt so die ganz vorne an sind. Die meisten Tabletops, die wir spielen, kommen entweder aus USA, England vor allem natürlich auch, oder auch Ländern wie Spanien. Aber aus Deutschland kommt relativ wenig. Und da freut es mich natürlich sehr, dass da jetzt immer mehr Sachen kommen. Nicht alles ist erfolgreich, das gehört natürlich letzten Endes auch dazu. Aber The Exalted Ones ist so ein Spiel, dem ich es definitiv wünsche, dass es erfolgreich ist, auch wenn es natürlich erstmal in einer ziemlichen Nische drin sitzt. Dementsprechend guckt da aber auch gerne mal vorbei. Beim Spielbericht findet ihr auch den Link zum Shop. Da findet ihr zum Beispiel auch Print-and-Play-Regeln, wo ihr das Ganze komplett kostenfrei und verbindlich ausprobieren könnt. So. Das war der Juli. Und wir gehen über zum August. Und da haben wir direkt das nächste deutschsprachige, wenn auch nicht Made in Germany, sondern Made in Austria Spiel. Hier ist es nicht so richtig Tabletop, sondern eher so Brettspiel, Wargame. Aber da habe ich vorgestellt, den Kickstarter für Dominate & Delegate. Und das ist im Prinzip, wir sind es schon wieder bei den Computerspielen, Command & Conquer als Brettspiel. Und zwar richtig, richtig, richtig gut umgesetzt. Ich war wirklich baff, als ich das Ganze gespielt habe, wie genial das ist. Es ist super taktisch. Ein kleines bisschen schachig, weil man keine Würfel wirft. Das ist alles komplett deterministisches System. Steinschere, Papier mehr oder weniger. Aber man hat eben alle Elemente, die man sich wünscht von so einem Command & Conquer Spiel. Also man hat komplett Basisbau, kann sich seine Gebäude aus dem Boden stampfen, kann Einheiten produzieren mit so einer total witzigen Bauwarteschlange, die geheim ist für den Gegner, wo man auch so ein bisschen pokern und bluffen kann und sowas. Man hat richtig Ressourcen, die man auf dem Spielfeld aufsammelt. Man hat verschiedene Szenarien, die man spielen kann, verschiedene Maps, die man aufbauen kann und auch noch eine komplette Kampagne, die man spielen kann zu zweit gegeneinander. Und da habe ich wie gerade einen Spielbericht dazu gemacht, den ihr gerade seht. Und der Kickstarter ist auch richtig, richtig gut gelaufen, was mich persönlich extrem gefreut hat, weil das Spiel wirklich richtig, das ist auch so ein Passion Project, würde ich sagen. Da steckt richtig viel Arbeit drin, richtig auch viel, ähm, richtig gute Arbeit, weil das ist, glaube ich, nicht leicht, so ein Spiel so aus dem Boden zu heben. Und, äh, aber auch wirklich ganz viel Charme. Also da gibt's auch einen tollen Trailer dazu, zu dem Spiel, der so ein bisschen die alten, leicht trashigen Trailer der alten Command & Conquer Spiele nachempfindet. Und, äh, also es ist wirklich ein, ein wahnsinnig spannendes Spiel. Ähm, da dazu jetzt der Hinweis, jetzt gerade, hab ich erfahren, ist der Pledge Manager gestartet für das Spiel. Das heißt, es kann sein, dass man da auch tatsächlich noch nachträglich einsteigen kann über den Pledge Manager. Ähm, wenn dem so ist, dann verlinke ich das dann auch nochmal unten, äh, in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da auch nochmal reinschauen, weil ich glaube, das lohnt sich hier definitiv. Und das ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Plus man kriegt direkt in einer Box, da sind keine tausende Add-ons dabei oder sowas, sondern es ist einfach eine Box, die sogar relativ erschwinglich ist. Ich glaube, man ist bei, bei 80 Euro da dafür. Und kriegt ein wirklich gutes, umfangreiches, tolles, designtes Spiel, das einfach so richtig schön in die Nostalgie-Schiene reinschlägt. Und das ist Dominate & Delegate. Und, äh, das war der August. Und, äh, dann gehen wir direkt schon in den September über. Im September war bei mir tatsächlich nicht so wahnsinnig viel los, äh, weil da ist bei uns immer so Hochsaison, was Messen angeht, äh, auf der Arbeit. Da bin ich dann komplett eingespannt. Aber zumindest eine Sache durfte ich machen. Ich durfte den, äh, René besuchen, den Schadelsammler, der übers Jahr für mich wirklich sehr viele Miniaturen bemalt hat. Also, ich muss es, glaube ich, mal zählen, wie viele sind. Beziehungsweise vielleicht kann der René mal zusammenzählen, wie viele es sind. Aber es ist wirklich, äh, holler die Waldfee. Und, ähm, der hat ja auch unter anderem für mich, äh, die Sororitas-Armee bemalt, die ihr hier jetzt gerade seht. Da hatten wir auch im Januar einen 40K-Spielbericht, äh, hatte ich da noch gebracht. Aber, äh, in dem Fall, als ich ihn dann besucht hab, haben wir das Ganze, ähm, benutzt für One-Page-Rules Grim Dark Future, weil ich da auch noch keinen Spielbericht dazu hatte. Und hab die dann eben einfach in ihrer Grim Dark Future-Variante gespielt. Und, ähm, war ein sehr spaßiges Spiel. Und, äh, war auch ein sehr, sehr schöner Tag. Äh, René und seine Familie sind wirklich superlieb und haben mich supertoll empfangen. Und das hat mich echt mega gefreut. Und, äh, wir haben neben diesem Spiel auch noch ein anderes Spiel aufgenommen, das ich noch nicht, äh, geschnitten hab. Das noch in meinem, äh, hier To-Do, in meiner To-Do-Liste drin ist. Ähm, ich möchte nur so viel sagen. Ähm, es ist Star Wars Legion. Und, äh, wir haben nicht mit einer offiziellen Fraktion gespielt. Sondern mit, äh, einer, würde ich mal sagen, im, im, im Lore sehr populären Fraktion. Und einer im Lore beziehungsweise in der Community sehr, 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 sehr unpopulären Fraktion. Vielleicht kommt er jetzt ja schon drauf. Zumindest auf die eine Fraktion, die wir gespielt haben. Alles mit Hausregeln. Aber sehr, sehr, sehr spannend. Ich freu mich auch schon auf den Spielbericht und auf eure Reaktionen da drauf. Aber, wie gesagt, das war für mich, äh, im September so ein bisschen das Highlight. Kleiner Tabletop-Ausflug. Und dann wurde erst mal ganz, ganz viel gearbeitet. Äh, im September. Und, äh, wenig, beziehungsweise keine Videos gebracht. Und im Oktober war dann nix. Weil im Oktober bin ich Papa geworden. Und da hab ich dann auch entsprechend einfach einen Monat Pause gemacht. Hab gar keine Videos gemacht. Hab auch Tabletop-mäßig quasi nichts gemacht. Ich hab mich vielleicht ein, zweimal getroffen mit Leuten. Aber ansonsten hab ich mich tatsächlich um meine kleine Tochter gekümmert. Gemeinsam mit meiner Frau. Ähm, uns geht's allen sehr, sehr gut. Und ich danke auch an der Stelle nochmal ganz herzlich für die vielen, vielen Glückwünsche, die wir gekriegt haben. Entweder, äh, teilweise unter den Videos, wo ich's erwähnt hatte. Aber auch hier und da haben wir auch sogar Karten gekriegt und kleine Geschenke und sowas. Und das hat uns wirklich wahnsinnig gefreut. Und, äh, ja. Wir sind super glücklich. Und ich geh weiter zum November. Weil da ging's dann direkt weiter. Ähm, mit meinem nächsten Highlight. Und zwar war das mein Tabletop-Mega-Battle. Da hab ich, ähm, im Prinzip alle Spiele genommen. Ihr seht das hier gerade, diesen Bracket-Fight. Äh, alle Spiele, die ich jemals gespielt hab. Ähm, zusammengenommen. Und, äh, random gegeneinander gematcht. Und in so einem K.O.-Verfahren, äh, gegeneinander antreten lassen. Das ist auch so ein Video, das, äh, also, ich sag das direkt vorweg, weil ich das auch direkt im Video sag, es geht eigentlich nicht darum, wer gewinnt. Auch wenn natürlich die Gewinner oder die, zumindest die, die besonders weit gekommen sind, äh, alle Spiele sind, die ich definitiv uneingeschränkt empfehlen kann. Aber es sind auch ein paar rausgeflogen, die ich trotzdem empfehlen würde, äh, relativ früh. Es kam einfach auf das Random Matching an. Also bitte nicht traurig sein. Wenn euer Spiel nicht weit gekommen ist. Aber letzten Endes war das für mich eher so eine Plattform, mal so richtig an einem Stück über alle Spiele zu sprechen, die ich schon gespielt hab. Also ich sag auch zu jedem Spiel, dass da irgendwie gematcht wird, äh, kurz was, damit ihr ein bisschen Überblick habt. Und wenn ihr mal so ein bisschen schauen wollt, was ich schon alles gespielt hab und was ich zu diesen einzelnen Spielen denke, dann ist das einfach eine Möglichkeit, da reinzuschauen. Und es hat auch wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht, das, äh, aufzunehmen. Dieses Video hat auch sehr, sehr lang gedauert. Meine Frau hat schon sich gewundert, wo ich bleib. Ähm, aber ich bin da einfach, ja, das waren, glaub ich, über drei Stunden das Ganze. Aber, äh, kann man definitiv mal reinschauen. Und, äh, hat mir, wie gesagt, Spaß gemacht. Hat auch sehr gut performt, das Video, was mich nicht so wahnsinnig wundert. Die Art von Videos, die, äh, performt generell immer relativ gut. Ähm, was mich da deutlich mehr gewundert hat, war, äh, das, der letzte Highlight, äh, den ich für euch mitgebracht hab, der vom Dezember. Und zwar war das, äh, Tactical Table War. Das ist ein, äh, Spiel auch made in Germany, made in Schwarzwald sogar, im Ländle, da, wo ihr herkommt. Und, ähm, da, äh, geht's auch letzten Endes darum, lustigerweise. Also, ich hab so ein bisschen das Gefühl, wir haben da so einen leichten Trend dieses Jahr, oder allgemein mit deutschen Tabletops, ähm, ebenfalls inspiriert von Computerspielen. Von Spielen wie Age of, äh, nicht Age of Sigma, ähm, Age of Empires, ähm, Battle Realms, äh, Civilization und solchen Spielen eben. Also, Echtzeitstrategiespiele, aber auch Hundenstrategiespiele. Ähm, und, äh, da geht's auch letzten Endes um Basisbau. Man baut sich, sagen wir, eine Festung am Anfang auf, dann baut man sich mehrere Gebäude, wo man Truppen produzieren kann. In diesen Truppen, in diesen Gebäuden können dann Truppen aufgewertet werden. Ähm, plus, es hat ein richtig, richtig geniales System, äh, mit diesem Thema Nebel des Krieges umzugehen. Was man ja bei Computerspielen, vor allem eben natürlich bei Echtzeitstrategiespielen sehr, sehr viel hat. Dass man eben nicht sieht, wie das Land um einen rum aussieht, äh, bevor man es erkundet hat. Und, äh, das wird hier abgebildet, indem man eben bei der Bewegung neue Tiles platziert, also diese, diese Spielfelder platziert. Und, äh, man darf sich aber selber aussuchen, welche man platziert. Das heißt, man kann durch diese Erforschung der Umgebung sich taktisch sein Gelände so zusammenbasteln, wie man es eben braucht für seine eigene Strategie. Und dann produziert man seine Truppen und dann wird gegeneinander gekämpft und sowas. Das Ganze ist wirklich richtig, richtig genial designt. Kommt in einer winzig kleinen Box mit einfach, äh, haufenweise von diesen, äh, Tiles, die man da benutzen kann. Äh, man kann entweder dann mit so kleinen, äh, 2D-Figuren, die dabei sind, äh, spielen. Oder man benutzt seine eigenen Miniaturen, das ist so ein bisschen auch die Idee dahinter, dass man seine eigene Miniaturensammlung benutzt, um seine Armee zu bauen. Man kann dann auch wirklich seine Stats für die Armee komplett selber, äh, customisen. Das heißt, man kann sich eigene Werte zusammenstellen für die Armeen. Man muss nicht mit dem arbeiten, was das Spiel vorgibt. Und es ist einfach richtig, richtig gut gemacht. Und, ähm, dementsprechend, also, vielleicht, vielleicht soll es mich nicht wundern, aber generell ist es immer so ein bisschen, wenn so ein Spiel so unbekannt ist und in so einer Nische drin sitzt, dann, ähm, da gucken sich das ein paar Leute an, so ein Video, und freuen sich auch drüber, dass sie was gefunden haben. Und ich freue mich, dass ich ein paar Leute dafür begeistern konnte. Und, äh, dann ist die Sache auch wieder weg. In dem Fall jetzt hat das Video einfach wahnsinnig gut performt. Also, ich, ich kann immer noch nicht genau sagen, warum. Vielleicht war es eine Kombination aus Titel und Thumbnail oder sowas. Aber, äh, am Ende ist es eigentlich auch egal, weil das Ergebnis ist einfach ein richtig gut performtes Video. Und, äh, der Felix, äh, der das Spiel geschrieben hat, hat dann auch ein paar Mal mir danach noch geschrieben und gemeint, hey, ähm, vielen Dank. Und, äh, es sind schon diverse Bestellungen eingegangen und ich hab ganz, ganz tolle Nachrichten aus deiner Community gekriegt. Du hast eine super tolle Community. Und das wollte ich euch an der Stelle einfach auch nochmal weitergeben. Also, ich glaub, einen besseren Jahresabschluss für meinen Kanal kann ich mir fast nicht vorstellen. Einfach so ein Video, das mir nochmal zeigt, A, warum mach ich eigentlich den Kanal? Weil, ich mein, klar, ich bring auch immer mal wieder Spiele, die eigentlich keine Werbung brauchen, so Sachen wie Shatterpoint oder so. Aber ich spiel natürlich auch mal 40k oder Age of Sigmar. Die haben's nicht nötig, dass ich die pushe. Ich zeig aber trotzdem gerne, was ich halt einfach de facto auch in meinem Hobbyleben spiele. Aber gestartet hab ich den Kanal letzten Endes, um eben genau solche Spiele auch euch zu zeigen, die sonst einfach untergehen würden. Die einfach kein Budget haben, um irgendwie einen krass bezahlten YouTuber oder sowas zu engagieren, der das Ganze vorstellt. Ähm, die sich grad so leisten können, vielleicht mal eine Review-Copy rauszuschicken und auch das nicht immer. Und, äh, denen einfach die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen Sichtbarkeit zu kriegen, da wo sie eben auch verdient ist, die Sichtbarkeit. Und die ist es hier definitiv. Und, äh, wenn das Ganze dann auch noch so angenommen wird, wie in diesem Fall, dann, äh, merke ich auch, dass ich das nicht für nix mache. Also, dass es tatsächlich irgendwo ankommt. Und das ist wirklich ein richtig, richtig, richtig tolles Gefühl. Und, äh, ich danke auch echt dem Felix nochmal, dass er mir dann direkt euer Feedback quasi dann nochmal zurückgegeben hat. Weil, ähm, das bestätigt für mich auch immer wieder, dass ich eine ganz tolle Community hab, ganz tolle Leute, die meine Videos gucken. Und, äh, die, die Positivität, die ich mir wirklich immer Mühe gebe, irgendwie rüberzubringen, äh, wenn es um unser Hobby geht, auch wirklich weitertragen nach draußen. Und wenn das wirklich so funktioniert, dass, dass wir irgendwie gemeinsam positiv und, und optimistisch und schön und einfach nicht so grummelig an unser Hobby rangehen können. Und es auch einfach an andere weitergeben können. Und, äh, die das dann wiederum weitergeben können. Dann können wir eigentlich nur gewinnen. Und das ist einfach, äh, eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich danke euch auch ganz herzlich dafür, dass ihr auch da mitmacht. Und, äh, das so auch aufnehmt. So, wie ich bin und wie ich die Videos mach. Und, ähm, ja, ich bin, bin sehr, sehr glücklich, wie das gerade läuft. Auch, wenn ich dieses Jahr tatsächlich deutlich weniger Videos produzieren konnte, als ich das gerne gemacht hätte. Ich glaube, ich habe irgendwann am Anfang des Jahres mal gesagt, äh, hey, mein Ziel sind so, äh, 10.000 Abos am Ende des Jahres. Das habe ich nicht ganz geschafft. Ich denke mal, ich schaffe es nächstes Jahr, wenn ich mich ein bisschen ins Zeug lege. Ähm, aber es waren auch ganz viele Faktoren einfach mit dabei, die mich davon abgehalten haben, dieses Jahr einfach mehr Videos zu machen und noch bessere Videos zu machen. Äh, ganz viel privates Zeug. Ich meine, Papa werden ist irgendwie schon so ein Ding. Also, es war mir schon klar, dass das eine größere Sache wird. Es war aber im Januar, äh, noch nicht klar. Und, ähm, dementsprechend, äh, ist natürlich, äh, Priorität. Hat Familie letzten Endes, äh, Priorität hat auch manchmal die Arbeit einfach, die sich manchmal nach vorne drängelt, was auch okay ist, solange es nicht immer ist. Und, äh, am Ende bin ich trotzdem sehr, sehr glücklich, wie es momentan läuft mit dem Kanal. Und ich mache das natürlich auch nächstes Jahr weiter. Ich kann mir das ehrlich gesagt momentan gar nicht vorstellen, irgendwie ohne den Kanal. Auch wenn ich jetzt nicht gerade jede Woche zwei Videos raushauen kann. Manchmal vielleicht nicht mal pro Woche ein Video. Das müsst ihr mir auch immer ein bisschen verzeihen. Das kommt einfach immer drauf an, wie ich gerade drauf bin, was gerade möglich ist und was ich auch gerade zeigen kann. Weil, was ich ungern machen will, ist einfach nur so Content um des Contents willen. Deswegen habe ich auch in diesem Jahr relativ wenig Hobbywochen gebracht. Gerade auch nach hinten raus. Weil ich festgestellt habe, irgendwie, es ist cool, wenn man gerade viele Themen hat, die man irgendwie so ein bisschen bündeln kann zu einem Video. Und dann in Hobbywochen machen kann. Aber wenn man dann eben so eine Woche hat oder auch mal zwei, drei Wochen hat, wo einfach nicht viel passiert ist, was wirklich spannend ist. Dann lohnt es sich, ehrlich gesagt, auch nicht so eine Hobbywoche zu machen. Weil ich möchte jetzt, also was ich definitiv nicht machen will, ist irgendwie einmal durch Kickstarter durchscrollen und irgendwie mal so drei, vier Kickstarter einfach nennen. Weil ich bewege mich auch immer weiter weg von Kickstarter, vor allem von größeren Projekten. Und wenn es kleinere Projekte sind oder einfach Sachen, die ich wirklich, wirklich supporten will, dann mache ich da ein dediziertes Video dazu. Ganz einfach. Also auch das ist so ein bisschen mehr Pragmatismus, als jetzt einfach bloß, ich habe keinen Bock. Aber letzten Endes möchte ich halt einfach Videos machen, die ich auch irgendwie in einem Jahr noch angucken kann und sagen so, ja, das war ein gutes Video. Es ist jetzt nicht so wichtig, dass da irgendwie jedes Mal irgendwie 10.000 Klicks drauf sind. Aber ich möchte das Video auch nicht irgendwie verstecken müssen, weil ich mich so dafür schäme. Dementsprechend, ja, also von der Seite, bitte verzeiht mir, wenn es nicht immer so viel Content ist, wie ihr es vielleicht von früher gewohnt seid, wenn ihr schon länger dabei seid. Aber es kommt Content, ich gebe mir Mühe und wir machen das zusammen, würde ich sagen. An der Stelle auch nochmal wirklich an meine ganze Community, vielen, vielen Dank, dass ihr mich dieses Jahr begleitet habt. Ganz besonders vielen, vielen Dank an meine lieben Community-Maler, die mir immer wieder geholfen haben beim Miniaturenbemalen, seien es große, seien es kleine Malaufträge. Es ist wirklich, ihr glaubt nicht, wie viel das bringt für mich. Also A, dass irgendwie mein Pile of Shame mittlerweile einfach nicht mehr vorhanden ist. Also ich hatte zu Beginn der ganzen Sache, als die ersten Leute für mich Miniaturenbemalt haben, hatte ich eine große Liste zusammengestellt mit allen Sachen, die noch bemalt werden müssten. Die ist mittlerweile praktisch nicht mehr existent. Also ich habe es ja immer noch unter meinen Videos verlinkt, wenn ihr mal reinschauen wollt. Aber da ist kaum noch was drin. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist wirklich nicht zuletzt euch zu verdanken. Natürlich auch so krassen Überperformern wie dem René, der mich da wirklich wahnsinnig unterstützt hat. Aber es sind auch ganz viel mehr Leute noch dabei. Ich habe immer noch vor, mal noch so ein bisschen ein Rundumschlag-Video zu machen, wo ich mal so ein bisschen durch die ganzen Figuren durchgehe, die von euch bemalt wurden. Weil ich habe das Gefühl, ich habe einigen von euch einfach definitiv noch nicht genug gedankt, auch in Form von Videocontent, weil ich die Miniaturen, die ihr bemalt habt, auch noch nicht in einem Video zeigen konnte. Das möchte ich aber definitiv nachholen. Also das wird nicht irgendwie, das wird nicht unter den Tisch gekehrt, unter den Teppich gekehrt, sondern das ziehe ich natürlich entsprechend durch. Es dauert einfach ein bisschen bei mir. Das ist, ich muss einfach immer gucken, wann ich wie Zeit habe und wann ich das Zeug mal rausholen kann und so. Bitte verzeiht mir das. Und ja, das, so viel dazu. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das Ganze einfach nicht möglich. Und damit geht das Tabletop-Jahr für mich zu Ende. Ich weiß, es ist ganz viel anderes Zeug noch passiert. Vieles von dem habe ich kaum irgendwie tangiert, nicht mitgekriegt oder auch mal gerne ignoriert. Mal gucken, was das nächste Jahr so bringt. Ich glaube, da sind so ein paar Sachen im Anmarsch, die ich auch nicht ignorieren werde. Aber ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was denn für euch so die Highlights waren dieses Jahr 2023 und vor allem auch natürlich, worauf ihr euch 2024 freut, wenn es um Tabletop geht. Oder sonst, ist mir egal. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich freue mich. Und das war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns 2024. Und das war es jetzt von mir für dieses Jahr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.